Hallo, ich bin Arma, ich hab mal heute Olli gemeldet, damit ich mal andere Sachen machen kann, die ich sonst nicht darf. So, und jetzt will ich Spielzeug angucken. Spielzeug angucken? Aber wenn's sein muss, dann komm mit. Spielzeug? Das ist so teuer geworden in letzter Zeit. Spielzeug? Ja, was haben wir denn hier für Spielzeug? Lego mag ich. Lego magst du nicht so gerne? Den hab ich schon in groß. Echt? In größer. Monster AG, ne? Mhm. Kennst du ja auch. Monster AG hab ich auch gesehen. Den hier hab ich noch nicht. Den war richtig super, der Film, oder? Den hier mag ich gar nicht. Playmobil? Findest du Playmobil gut? Ja. Ja? Playmobil find ich total beschissen. Ich hab jetzt noch ein Trügel von dir drauf. Scheiß Ding. Meine brauche ich nicht. So eine Schminkpuppe? Mhm. Die brauch ich nicht. Da kenn ich ganz viele Schwule, die haben damit auch einen kleinen Angriff an. Was ist das hier? Das sind, glaub ich, Rubbelbilder? Rubbelbilder? Ich glaub, ich wär hier von Pamela Anderson zu Hause. Hast du schon mal gefragt, ob dein Vater auch irgendwo im Schrank Rubbelbilder hat? Wollen wir nicht mal was klauen? Ich habe was verboten. Ja, normal, aber Mundpaub, nicht alles, was man in den Mund kriegt, darf man mitnehmen. Ich mach dir das mal vor. Hallo. Hallo. Oh. Was hast du alles? Ja, ich glaub, die haben auch nichts gemerkt. Können wir gleich nochmal auffallen, oder? Nee, ich werde ein Handy behalten. Schade. Sag mal, jetzt machen wir mal was ganz Verbotenes. Jetzt gehen wir mal hier schön mal rot über die Ampel, oder? Immer muss ich immer aufpassen. Ja, an der roten Ampel. Vielleicht können wir ja irgendwie die Zeit totschlagen und ein Lied singen. Das sind Bibi und Tina, die haben eine riesen Vagina. Das sind Bibi und Tina, die haben die Finger in Sabrina. Das sind Bibi und Tina und die drei in Slug Sabrina. Und sie haben kein Kind, weil er impotent sind. Und Emma, hast du noch was? Ja. Ja? Nochmal 10 Tequila. Ja, nochmal 10 Tequila. Ja. Ja,б coming hier. Ja. Aber Türen rein! Prost! Direkt wofür auch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017